Ich möchte euch heute mal Zucchini sagen. Wir haben das heuer im Frühjahr angelegt. Auf dem Material ist nicht wahnsinnig viel Erden drauf. Das ist Schüttmaterial. Das ist hauptsächlich Schotter. Wir haben dann nur ein bisschen Kompost ausgebracht. Wir haben dann Bio-Pflanzerden dann als Deckerden gemacht und darunter noch ein bisschen Schoffel reingemischt als Dünger und wir holen jetzt da wirklich jeden Tag Zucchini runter. Die Anlage ist eigentlich ganz einfach. Sie ist im Hang sehr sonnig gelegen und wir haben das nur mit ein paar alten Käferbäume dann abgrenzt. Da ist so einer und ist dann ein bisschen eben aufgefüllt mit Kompost und Schoffel und eben oben eine Bio-Pflanzerde. Und wie man sieht, also da wächst ja super drinnen. Man sieht schon, da ist schon wieder mal ein Kübis dazwischen. Die Zucchini blühen wunderschön und selbst wenn man mal ärgere Unwetter hat, wie die letzten Tage, sind die ganz schnell wieder auf dem Darm und erholen sich ganz schnell wieder. Ganz wichtig ist natürlich, dass man mit den Wärmebedürftigen Zucchini, Gurken und Melonenpflanzen erst im Mai, wirklich erst nach den Frösten rausgeht. Am besten ist es sogar noch einige Zeit, die Pflanzen an der Fensterbank vielleicht weiter zu kultivieren, weil die Kälte tut denen richtig weh. Und wie man sieht, haben sich die aber super entwickelt. Bewässerung ist ganz einfach. Wir machen das über einen ganz primitiven Regner, wie es auch in den Gärten für die Wiesen gemacht wird. Der Nachbar tut Holz schneiden, wenn man hört. So ein Beet anlegen kann wirklich jeder. Das ist ganz, ganz einfach. Man braucht nur einen sonnigen Platz. Und wie gesagt, man muss sich mit der Erde ein bisschen was einfallen lassen. Das sind schon stark zehrende Pflanzen. Also das heißt, ein bisschen biologische Pflanzerde drauf, ein bisschen Dünger drauf, Schafwolle oder Hornspäne. Ich bin eher der Schafwoll-Fan. Und dann geht es eigentlich von alleine. Viel Wasser braucht man drauf, wenn man in Urlaub fährt, vielleicht jemanden bitten, da ordentlich mal ein bisschen drauf zu schauen. Aber man holt da so viel runter, dass man seine ganze Familie damit versorgen kann. Von ein paar wenigen Pflanzen. Ich wünsche euch viel Glück. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal.